Herzlich willkommen Crypto-Freunde. Im heutigen Video möchte ich euch gerne mal ein neues Mint-Tool für Steppen vorstellen. Und außerdem zeige ich euch mal 1 zu 1 meinen bisherigen Verdienst. Ich bin jetzt heute seit 39 Tagen investiert in Steppen und ich bin nach wie vor extrem überzeugt von diesem Projekt. Jemand aus meinem Discord, danke an der Stelle Matze, hat hier diesen Mint-Calculator vorgestellt. Ich habe mir den mal genauer angeschaut und meiner Meinung nach ist der richtig gut. Deswegen möchte ich jetzt eben dieses Video machen, weil ich euch den nicht vorenthalten möchte. Falls du neu auf meinem YouTube-Kanal bist, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir ein Abo dalässt, wenn du keine Crypto-Videos mehr verpassen möchtest. Ich lade eigentlich nahezu täglich ein Video hoch über verschiedene Move-to-Earn-Projekte, NFT-Projekte und natürlich auch allgemein Play-to-Earn. Vielen Dank an der Stelle schon mal für eure Unterstützung, Leute. Aber jetzt kommen wir mal zum heutigen Video. Ich würde sagen, wir fangen zuallererst mal ganz kurz mit dem GST-Preis an. Wir stehen heute am Sonntag bei 2,91 Dollar. Der Preis verläuft extrem stabil momentan. Wenn wir uns mal den 7-Tages-Chart ansehen, dann können wir sehen, dass wir hier wirklich seit 18.05. jetzt vor einiger Zeit zum Jahr deutlich gecrashed. Seitdem einfach der gesamte Kryptomarkt deutlich gedumpt ist. Aber ich bin auf jeden Fall, wie eben erwähnt, bei 2,91 Dollar immer noch sehr zufrieden. Ich zeige euch ja auch gleich meinen aktuell täglichen Verdienst. Und ich denke, da kann man wirklich nicht meckern. Was ein bisschen schade ist, der GMT-Preis hat in letzter Zeit schon deutlich gelitten. Also hier haben wir wirklich einen größeren Preisverfall gesehen. Wir verlaufen jetzt hier zwar auch immerhin seit 13.05. relativ gleichbleibend. Aber der Preis ist meiner Meinung nach immer noch zu wenig. 1,37 Dollar. Wenn uns der Bärenmarkt hier keinen Strich durch die Rechnung macht, glaube ich auch trotzdem immer noch, dass der GMT-Preis in Zukunft noch ansteigen wird. Aber wissen kann es natürlich keiner. Wenn jetzt hier der Bitcoin noch extrem an Wert verliert, dann würde er sehr wahrscheinlich auch den GMT-Preis mitnehmen. Jetzt möchte ich euch eben gerne mal diesen MINT-Calculator vorstellen. Das Coole, der Calculator geht hier für Solana, aber auch für die beiden Smart Chain. Ich zeige euch das jetzt hier einfach mal anhand von Solana. Die meisten von euch haben ja auch Solana-NFTs bei Steppen. Was hier schon mal ganz cool ist, er zeigt uns wirklich auch den aktuellen Preis an. Also das ist hier wirklich auch verlinkt. Der momentane Solana-Preis zum Zeitpunkt der Aufnahme des Videos beträgt ca. 50 Dollar. 2,92 Dollar für GST. Haben wir eben auch bei CoinMarketCube gesehen. Und ca. 1,37 Dollar für GMT. Wir haben jetzt hier zwei Schuhe angegeben. Wenn wir mitten wollen, dann wisst ihr, wir müssen natürlich verschiedene Sachen beachten. Zum einen ist es natürlich sehr wichtig, wie der GST-Preis momentan ist. Das habe ich mir im letzten Steppen-Video auch vorgestellt. Zum anderen ist es aber auch sehr, sehr wichtig, was für einen MINT-Schuh wir haben. Wurde schon mehrfach gemindet mit unserem Schuh, dann ist es teurer. Wurde noch nicht gemindet, wie jetzt hier zum Beispiel in dem Beispiel mit 0. Dann ist es noch günstiger. Dann was haben wir für Schuhe? Wir können jetzt hier mal so ein paar Statistiken sehen. Und zwar gibt es hier eine prozentuale Möglichkeit, welcher Schuh denn jetzt letztendlich rauskommt. Wenn wir jetzt hier zwei Joggerschuhe hätten, beispielsweise mit einem MINT 0. Beide Schuhe sind common. Dann haben wir eine 85-prozentige Chance, auch einen Joggerschuh rauszubekommen. Ihr wisst, die Joggerschuhe sind im Preis teurer als beispielsweise die Runnerschuhe. Der Runnerschuh käme jetzt hier in dem Fall nur zu 6% raus. Auch der Walker-Schuh hätte hier nur eine Wahrscheinlichkeit von 6% und der Trainer von 3%. Wenn wir jetzt mal schauen, wir geben jetzt hier einfach mal an, dass es ein Runnerschuh wäre, dann sehen wir, dass sich hier die Prozente direkt verändern. Joggerschuh wäre jetzt 45%, Runnerschuh auch 45%. Wenn wir jetzt hier mal zwei Runnerschuhe angeben, dann können wir sehen, dass die 85% jetzt bei Runner wären und nur noch 6% bei Jogger. Jetzt geben wir einfach mal an Trainer und Runner, dann können wir sehen, zu 80% kommt in dem Fall ein Runnerschuh raus und zu 6% ein Jogger, Walker oder 8% ein Trainer. Also das ist auf jeden Fall schon mal richtig gut, finde ich, dass wir hier einfach mal so ein bisschen nachvollziehen können, wie hoch denn eigentlich die Wahrscheinlichkeit ist, welchen Schuh ich letztendlich bekomme. Natürlich hat jeder das Ziel, wenn er mintet, einen bestmöglichen Schuh zu bekommen. Der Markt ist ja nahezu überflutet momentan von Runnerschuhen, einfach weil schon so viele auch gemintet wurden. Der Runnerschuh ist trotzdem gut, also versteht mich nicht falsch. Wenn man das Fitnesslevel hat, dann verdient man mit dem Runnerschuh ja auch richtig gut GST, aber es ist einfach halt nicht für die breite Masse geeignet, weil man hier einfach auch wirklich immer joggen muss. Was auch richtig cool ist an diesem Tool ist, wir können jetzt hier mal sehen, Schuhbox Rarity. Wir können hier tatsächlich sehen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, welche Seltenheit wir bekommen. Und zwar haben wir jetzt hier zwei Kammenschuhe. Die Schuhbox Rarity ist in dem Fall bei 100%, dass wir auch eine Kammenschuhbox erhalten. Also es werden ja auch reine Schuhboxen auf dem Marketplace angeboten. Hier ist einfach ganz sicher eine Kammenschuhbox dabei. Wenn wir jetzt hier mal schauen, der Sneaker hat aber eine 3%ige Wahrscheinlichkeit, dass hier sogar ein Ankammenschuh rauskommt. Wir können jetzt hier einfach mal einen Schuh auf Ankammen auswählen. Dann haben wir schon 49% Wahrscheinlichkeit, dass hier auch eine Ankammenschuhbox rauskommt. 1% sogar Rare. Beim Sneaker sieht das Ganze auch noch ein bisschen anders aus. Also wenn ihr dann die Schuhbox öffnet. Hier haben wir eine 37,54%ige Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Ankammenschuhbox rausbekommen. Dafür ist aber die Wahrscheinlichkeit für einen Rare und für einen Epic Schuh ein kleines bisschen höher. Ich meine 1,69% und 0,02% ist trotzdem fast nichts. Aber immerhin ist die Wahrscheinlichkeit überhaupt erstmal da. Wenn wir jetzt hier mal wählen, dass der andere Schuh auch ein Ankammenschuh wäre, dann können wir sehen, die Schuhbox ist zu 98% auch Ankammen, zu 2% sogar Rare. Der Sneaker, also wenn wir die Schuhbox öffnen, wäre zu 72% auch Ankammen. Aber hier auch jetzt die Gefahr. Es kann auch sein, dass man leider einen Kammenschuh rausbekommt. Die Wahrscheinlichkeit beträgt hier in dem Fall 24,5%. Also schaut euch das gerne mal nochmal genauer an. Wir können hier einfach so ein bisschen rumspielen. Ich finde es echt genial gemacht. Total leicht verständlich auch. Ich verlinke es euch in der Videobeschreibung. Also richtig cooles Tool. Zum Schluss möchte ich euch hier jetzt gerne noch zeigen, dass dieses Tool auch die eigenen MINT-Preise berechnet. Und zwar können wir jetzt hier sehen, wir wählen jetzt hier einfach mal wieder aus. Wir haben zwei Runner-Schuhe. Beide Schuhe sind Kammen, beide Schuhe sind MINT-Null. In dem Fall würden wir zum aktuellen GST-Preis 160 GST zahlen und 40 GMT. Der MINT-Preis beträgt hier 522 US-Dollar umgerechnet. Und das Tool zeigt uns sogar den momentanen Floor-Price für so einen Runner-Schuh. Der beträgt jetzt eben 13 Solana. Was man natürlich auch nicht vergessen darf ist, man muss den eigenen Schuh auf Level 5 hochleveln. Das kostet momentan ca. 72 Dollar. Und 6% Marketplace-Fees muss man auch noch bezahlen. Diese kosten momentan 39,21 US-Dollar auf den Preis gerechnet. Unten zeigt er jetzt eben an, einen MINT-Flip-Profit von 20 US-Dollar. Wäre jetzt in dem Fall natürlich ein relativ schlechter Deal, wenn man hier einen schlechten Schuh erhält. Aber da wir auch die Möglichkeit haben, mit zwei Runner-Schuhen zum Beispiel auch einen Jogger-Schuh zu erhalten, aber auch einen Walker oder Trainer, kann es natürlich trotzdem Sinn machen. Die Wahrscheinlichkeiten sind hier aber trotzdem relativ gering. Schauen wir uns einfach mal an, was jetzt wäre, wenn ich einen MINT-3-Schuh habe, beziehungsweise zwei MINT-3-Schuhe. Dann könnt ihr hier direkt sehen, dass das Minden deutlich teurer wäre. Also der GST-Preis wäre jetzt hier bei 320 GST fürs Minden. Der GMT-Preis wäre 80 GMT fürs Minden. Insgesamt beträgt das momentan 1044 US-Dollar. Der Floor-Price ist natürlich immer noch derselbe. Auch Level-Up und Marketplace-Fees sind dieselben. Hier würde man aber draufzahlen. Man würde 501 Dollar draufzahlen, wenn man jetzt hier einen schlechten Runner-Schuh rausziehen würde. In dem Fall wäre natürlich Kaufen deutlich besser für uns. Also da könnt ihr einfach mal so ein bisschen rumspielen. Also ein richtig cooles Tool meiner Meinung nach. Ich hoffe, euch hilft es ein bisschen. Falls ihr dazu irgendwelche Fragen habt, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Jetzt möchte ich gerne mal noch darauf eingehen, wie denn mein momentaner Verdienst aussieht und wie ich jetzt weiter verfahre. Ich zeige euch hier mal wieder ganz kurz meine Excel-Tabelle dazu. Eine ganz einfache Tabelle, wo ich einfach nur meine täglichen Verdienste und Reparaturkosten in etwa reinschreibe. Die meisten von euch haben das ja schon mal gesehen. Ich habe angefangen am 13.04. mit Steppen. Ich habe meinen Schuh hochgelevelt und habe dann begonnen, einfach auszucachen. Als ich meinen Break-Even erreicht hatte, habe ich mir einen zweiten Schockerschuh gekauft. Mit dem zweiten Schockerschuh läuft momentan meine Frau. Der Schuh hat mich ca. 905 Euro gekostet. Natürlich habe ich auch diesen Schuh relativ schnell auf Level 9 aufgelevelt. Der ist auch mittlerweile schon auf Level 9. Also nach zwei Tagen war der aufgelevelt, weil ich natürlich ja mit zwei Schuhen laufen konnte. Beziehungsweise ein Schuh hat meine Frau gelaufen, ein Schuh ich natürlich. Also alles legal in dem Fall. Ich habe ca. 140 Euro reinvestiert, um auf Level 9 zu kommen zu den aktuellen Preisen. Und seitdem bin ich auch wieder einfach am Auscachen. Mein momentaner Verdienst liegt ungefähr im Schnitt bei ca. 58, 59 Euro. Damit bin ich sehr zufrieden nach wie vor. Ich brauche noch ungefähr 10, 11, 12 Tage, je nach Kursschwankung, bis ich meinen Break-Even erneut erreicht habe. Und ich werde auch trotzdem nicht von meinem Kurs abgehen. Ich swappe aktuell täglich meine GST in USDC. Warum mache ich das? Einfach, weil die allgemeine Kryptomarktstimmung momentan extrem gefährlich ist, meiner Meinung nach. Es kann wirklich natürlich von heute auf morgen passieren, dass wir nochmal so einen Crash sehen, dass die Preise extrem dampen. Und dann ist es natürlich schlecht, wenn wir unsere ganzen GST angesammelt haben, aber der Preis deutlich gefallen ist. Natürlich kann der Preis auch wieder nach oben gehen. In dem Fall wäre es natürlich wieder schlechter für mich. Aber ich bin trotzdem zufrieden mit ca. 60 Euro am Tag. Man darf auch nicht zu gierig sein, Leute. Wenn ich was gelernt habe in den ganzen NFT-Games, dann zum einen nicht zu gierig zu sein und zum anderen früh dabei zu sein, wenn der Zug abgefahren ist, ist der Zug abgefahren. Das hat jetzt aber nichts mit Steppen in dem Fall zu tun. Für meinen ersten Schuh habe ich umgerechnet ca. 1200 Euro bezahlt. Für meinen zweiten Schuh ca. 905 Euro. 140 Euro darf ich natürlich nicht vergessen, die ich ja wirklich auch mit Geld investiert habe wieder, um den zweiten Schuh auf Level 9 aufzuleveln. Dementsprechend habe ich momentan noch ca. Pi mal Daumen 650 Euro offen, die ich benötige, um auf Null zu sein. Dann habe ich zwei Joggerschuhe und mein Investment erstmal wieder raus. Dass der Solana-Preis seitdem deutlich gefallen ist und ich einiges leider schon vorher in Solana geswappt hatte, ist ja eine andere Sache. Das hat ja jetzt nichts mit Steppen an sich zu tun. Dementsprechend bin ich damit sehr, sehr zufrieden, muss ich sagen. Wie ich es eben erwähnt habe, mache ich einfach weiter so. Ich behalte erstmal meine Schuhe auf Level 9, cache täglich für mich aus und wenn irgendwann der Tag kommt, dass der GST-Preis mal gut dampen wird, dann kaufe ich mir nochmal GST ein und dann gehe ich auf Level 19. GMT halte ich sowieso schon einige, das heißt für Level 10 hätte ich genug GMT übrig. Das ist auf jeden Fall jetzt meine Herangehensweise. Ich bleibe cool, bin nicht zu gierig und freue mich einfach trotzdem täglich über meinen Verdienst. Mich würde mal interessieren, was verdient ihr so momentan mit Steppen? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Kommt auch sehr gerne in meinen Discord an der Stelle. Das Ganze ist kostenlos, hier sind auch extrem viele Leute in Steppen schon investiert. Der Discord wächst momentan auch enorm schnell. Wir sind schon über 500 Mitglieder, was mich richtig freut. Wir tauschen uns hier über die verschiedensten NFT-Projekte aus, aber natürlich allgemein auch über Kryptowährungen und sonst was. Schaut es euch gerne mal an. Ihr seid herzlich willkommen. Damit bin ich auch schon wieder am Ende vom Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im morgigen Video. Danke. Ciao.